Willkommen bei der Firma Gerhard Birling. Der Name Birling steht für Qualität, Kompetenz und Innovation im Bereich Elektromaschinen und Antriebstechnologie. Unsere Firma gibt es seit über 40 Jahren. Seit 2001 habe ich die Firma inne. Wir sind Elektromaschinenbauunternehmen, reparieren und verkaufen Neumotoren. Kleinmaschinen werden bei uns auch ebenfalls instand gesetzt und seit 2002 fertigen wir Schaltanlagen individuell für unsere Kunden. Unsere Firma bietet unterschiedlichste Motoren, Drehstrom, Getriebe und Sonderelektromotoren oder ACDC-Motoren. Bei der Reparatur gehen wir in vier Schritten vor. Seit über 30 Jahren sind wir Feinvertragswerkstatt und seit 2002 bauen wir auch Schaltanlagen. Wir fertigen kundenspezifische Schaltanlagen und binden diese auch auf Kundenwunsch mit Funksystemen ein. So vertrauen neben Privatkunden auch Großunternehmen auf uns wie MAN, WAFA, SGL, Große Kieswerke und Aerospace. Birling – alles aus einer Hand.